Nur Respekt, ne? Ey, Starry ist schon an mir, Bro? Kann ja nicht passen. Hallo 05er, wir machen heute eine Foot23 Rating Prediction mit dem ein oder anderen Spieler hier bei uns. Neben mir sitzt einmal Marlon und Dela und die Jungs müssen jetzt gegenseitig einmal ihre Footkarte erraten für FIFA 23. So Jungs, ihr müsst jetzt einmal gegenseitig die Ratings erraten. Das heißt, du kriegst Marlons Karte und du kriegst Delas Karte. Und dann müsst ihr einmal die Ratings eintragen für die unterschiedlichen Kategorien, Tempo, Schuss, Pass, Dribbling, Verteidigen und Physis. Kann ja nicht passen. Ich meine, er kann bestimmt, aber er ist nicht so ein Freund davon. Ja, ja. Dann geht der Liebermanst, Dribbling, statt den Ball zu spielen. Auch keine Füße? Doch, aber... Man muss halt immer vergleichen, wenn ich mit mir vergleiche, dann ist es halt schön. Und dein Gefühl ist ganz gut bei ihm. Ach, auch meine letzte Karte ist das einzige, was ich hatte im Schiff. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Jetzt kannst du deine Karte ändern. Was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? 15. Oh, 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 oh. Ich mache das gut für dich. 40. Was? Pass 20. Oh, 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 oh. Ey, 30? Never. Never, never. Can you show your Karte on the camera? Oh, ja, natürlich. This is a bad Karte. Was okay, ha? You have good pace. You have good dribbling. You give me 60 dribbling, my friend. But wait. But wait, bro. Okay, we go to the pace. Okay, pace. Okay, pace. Okay, okay. Okay, yeah, okay. Shot, okay. It's okay. But pass, bro, I give you a good pass. Hey, 20, bro? Bro, your pass is dead. Listen, listen. If I pass, the pass is good, yo. But you don't pass, that's a problem, my friend. Okay, dribbling, huh? I give you good. But, yeah, you give me good, yo. You have no respect for me, bro. But you give me good. Basically, you're saying I have one-star skill, bro. What is this, bro? I give you four-star skills, four-star skills. With 60 dribbling? Oh, never. Four-star, four-star. Okay, we can do this up. You can do this up. Nah, it's too late now, my friend. But this, bro? Bro, defensive, bro. I think I can do better. Okay. This is just better than you. What? I think, yeah, yeah, yeah. I think it is. For sure, 100%. Thank you. Hey, but this, bro? Nah, bro, you're not stronger than me, yo. No, never, never. Hey, Stark, you're stronger than me, bro? Ha, let's just... You're stronger than me? Good way, bro. No, no, english. No, no, english. No, English. Hey, never. No, english, no. We can... Hey, never. Seid me, hellye gits. This is still one-se-one-se. Oh, so, when I have the ball, that you can take the ball for me? Never, bro? No one, bro. May I jump either, come on? Ah! My God what? Was war da drin, mein Freund? Wir können das machen. Das ist kein Problem, ich bin hier. Wir können das machen. Wir werden beten. Das ist beten. Kanki Jungs, das sind eure Karten. Oh, ich kann das nehmen. Nein? Wir geben die Karten an Aniky Nülzy. Die werden noch unterschrieben und die könnt ihr dann sehr gerne haben. Die werden wir uns einmal verlosen.